Eka Prasarita Pada Adho Mukha Vrikshasana ist die Variation des Handstandes, Vrikshasana auch genannt Adho Mukha Vrikshasana, bei der du ein Bein zur Seite weg spreizt. Du musst natürlich zuerst in den Handstand kommen und dann gib nur ein Bein zur Seite. Und so bist du in Eka Prasarita Pada oder auch Prasarita Eka Pada Adho Mukha Vrikshasana.